Ja? Wo sind wir heute, Tiger? Heute sind wir im Wald. Wir sind im Wald. Filmen Horror. Wir sind im Wald. Jana spielt meinen Stalker. Da ist sie. Da ist sie. Wir drehen jetzt fast nur Folies zu. Nein, oder? Tschüss! Tschüss! Ich bin Avianna und wir sind in meinem Stalker. Das ist ein Killer-Stalker, von dem Tag hat sie gesagt. Das ist ein Kilo-Stalker, von dem Tag hat sie gesagt. Es ist ein Kilo-Stalker. Ja, das ist ein Kilo. Ja, ich würde sagen. Der Kilo. Wer sind Sie die Kilo? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mein Name ist Teiga Ponser. Es ist 455 Tag. Wir fahren jetzt nach Oberla um zu der Szene der Dead by Daylight. So, stay tuned. I'm gonna do a hopsy and we're back in a few minutes. Stay tuned. We're gonna shoot the scene for Dead by Daylight and since I could not make up for a cool gen, we got an auto battery charger which is whack but it's the best I could make without paying 350 bucks. Hi guys, welcome to my vlog. Today we're here filming Dead by Daylight and I'm gonna get stabbed. 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 Let's do the last scene. Little nightmares. It's a bit gruselig. Spooky. It's so dark. It's a bit sad, but excited. Meine letzte Szene. So viel Haar. Ein bisschen Ausreißt, schadet mich. Hallo. Ich verwandle mich jetzt. Wow, der Brainleg, bro. Das war's für heute. Ich tente es hier sehr. 50 Euro das Stück.